so es wird wieder eine nächste runde aufgenommen wieder als diese jackson daniel dabei oder immer noch jetzt geht's los mit waffen nein das ist nicht mit waffen kann ich einfach den todesbeurteil jetzt das stehen wir mal gucken wir mal ob man es merkt ja also ich kann gar nicht mehr mit dem zentorn fahren jetzt wo ich so gewöhnt bin vom insurgent ähnlich viel als wenn es sich gezählt hätte ich bin einfach genau durch die ja danke das wird ein paar kleine danke euch hd aber auch ich habe es gesehen junge ich bin schon nicht durchgedriftet und dann kommen ja auch noch so leute und wir haben die sechs zwei sparten er hat no chance gegen wieso ja genau mitten in den arsch dann mitten in den arsch jungen genau was ich nicht mit färben spiel machen kann das machen aber das hat natürlich trotzdem sehr gut geklappt ich muss jetzt kommen die ganzen ausreden ja kommt 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 erzählt ich denke ich denke die ganze zeit dass ich diese punkte nicht erwischt aber dann das hat geklappt ja ich hasse ihn richtig hart ich hasse ihn richtig hart er boxt mich einfach über die gewandt drüber ne ich wollte mal kurz fragen wer fährt denn vor euch ich hasse ihn richtig hart wie er nur auf wie er nur auf stress aus ist ne und gusor gewinnt einfach natürlich junge ah nein scheiße ah kacke fail wieder verkehrt gefahren aber das hat ja einfach äh ja guck als wenn jetzt der punkt nicht gezählt hätte man das ist ein schlechter witz man ich weiß ich habe es schon mal gesagt aber ich muss einfach noch mal sagen echten geben für das ist so unnötig ich würde so gern euer video dazu sehen ihr nehmt mich auf oder ne boah schade weil das würde ich gerne weil so wie ihr abgeht ja was war er rammt mich am dauernd einfach nur so richtig scheiße jetzt hat er jetzt hat er echt den checkpoint nicht gezielt das bei mir die ganze zeit ist das war ja genau junge genau ah ja nice 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 ohne vier von vier oh ja die seht halt wie ne mutti oh bist du entsackt ich bin jetzt hustler cool alle anderen werden sein so wie ihr das feiert alter ich glaub das geht bei euch nicht ab oder richtig richtig ab mann er crasht er ist nur so richtig scheiße aufs crashen aus alter also mich hat er nicht gecrashed ja er hat auch nur was gegen mich alter mein wagen da war ich nur so richtig am achten ja du dummes opfer todes opfer ah die kiste geht mal richtig übel ab oder ey ne ei nein ey ich hätt so locker gewonnen du bist erster Daniel du bist ein richtiger oh yeah alter das macht richtig laune war ich bin ja klar logisch läuft oder Habt ihr jetzt wieder eure... Oh, seid ihr gar nicht dabei? Doch, ah, okay, ihr seid vor mir. Er hat einfach einen vollgetunten Centorno. Wie unfair ist das eigentlich? Ja. Allein von der Beschleunigung merkt man ja gar nicht. Ja, guck mal. Loll. Diese Jaxx hat vollgezackt, ey. Vor allem, wenn nur ich so richtig derbe Runde crasht. Alter, fick den. Ach komm, ihr könnt alle nicht fahren. Ah, die sagt, kommst ran, kommst ran. Aber jetzt habe ich richtig Angst, wenn ihr beide hinter mir seid und mir richtig in den Arsch fahren werdet. Du sagst immer, Fusor. Ja, komm. Alter, Zecken die mich ab. Alter, geil, Synchron trifft. Hast du das gesehen? Ja, uns beide Synchron gedreht. Ich bin nicht erster. Das war der Plan. Du bist ein Wichser. Du hast einfach nur gedacht. Er ist Gaylord. Haha, ihr seid so schlecht, Mann. Scheiße, ich habe ein Checkpoint verpennt. Haha. Kacke. Ja, Mann. Oh, was? Aber jetzt kommt hier die Stelle, Alter. Ich sag, ey, es ist die Ziege, Alter. Spaß. Komm hier. Was? Guck mal, ich habe ihn richtig asozial umgekehrt geworfen. Oh, das Gaudi, echt, ey. Das geht so ab, ey. Ich werde einfach richtig asozial umgekehrt. Ich werde ihn schmissen. Immer wenn ich auf die Bremse trete, hübe die Küste. Trittst du wahrscheinlich nicht auf die Bremse. Doch, doch, doch. Ich sehe ja, dass ich Reifenspuren habe. Ach so. Aber vielleicht ist es doppelt belegt. Das könnte tatsächlich eher... Ja, das könnte sein. Ne, ich weiß, was es ist. Wenn ich auf den Joystick raufdrücke, dann geht die Hupe an. Und die treffe ich halt eben immer mal mit. Ach so, okay. Haha, wer kann da vorne wieder nicht fahren? Die Ziege, Alter. Ich möchte nur noch kurz erwähnen. Ihr habt schnellere Autos, oder nicht? Also, ihr habt verdammt schnellere Autos, das heißt nicht. Ne, so viel schneller sind die nicht. Das kommt vom Aufholen. Weil wir haben ja Aufholen und Windschatten an. Das heißt, wenn wir im Windschatten von der Fahrt fahren, werden wir ja automatisch schneller. Ich weiß gar nicht, ob das über... Ich glaube, wenn man das so ist, das ist gar nicht mal abgesehen vom Beschleunigen. Und so ist es, glaube ich, sogar ganz ausgeglichen. Okay. Also, soweit ich... Jetzt ruhe mich ruhig von meiner Palme runter. Ja, danke schön. Weißt du, ich wäre schön an dir innen vorbei. Guck, wenn ich einfach mal in Ruhe fahren kann, dann ist es ganz entspannend. Der Beste von uns kann am schlechtesten fahren. Guck, habe ich ja gesagt. YouTuber-Skill. Ja, du hast da irgendwas übersehen, Easy-Axon. Warum? Weil du nun ein Checkpoint übersehen hast. Vielleicht bin ich einfach schon viel weiter. Ich habe welche übersehen, aber nur um die selbst zu crashen. Schaffst du trotzdem nicht mehr. Erster. Ja. Okay, jetzt kann ich einfach nur weiter, dass ich noch nie beendet komme. Tja. Ich bin einfach too good. Yay. Geschafft. Guck, so weh. Du hast jetzt irgendein richtiges OP-Karget genommen. Er hat auf jeden Fall nicht den Strand-Buddy. Okay, er hat den Richter. Und wenn man genau bei der 1 drückt, dann hat man einen Push, richtig? Wie? Nee. Wirklich, wir go. Ich habe es vergessen, es aufzunehmen. Ich mache aber nochmal. Alter, das war eine übelste Bodenwelle, oder? Ja, ja. Das war die Bodenwelle des Todes, Alter. Flan hier am Beachland. Oh, was macht ihr? Sehr feil. Der Bifter ist schneller als wir. Fuck man. Ja, dafür seht ihr ja... Oh, alter, krass. Dafür sehen wir cool aus. Ja, genau. Alter, was ist das für ein Jump? Dafür habe ich keine Freunde, Jungs. Jump, jump, jump. Wie viele Runden sind das jetzt? Ich habe gar nicht aufgepasst. Egal. Alter, es sind so viele Bodenwellen, ne? Alles ist gar nicht so mal. Das ist richtig... Ja, die Kiste fährt sich richtig grottig, Alter. Ja, was glaubst du? Alter, hier ist übel. Alter, nee. Das wirft mich ja ganz zurück. Ja, genau, ganz zurück. Ja, die Steine sind übel, oder? Ja, ich stand... Ja, hier, das ist so schön. Was ist das jetzt schon wieder? Ich komme hier nicht durch, Alter. Hier diese Holzbalken. Ich komme hier nicht durch. Hier so. Er ist auch gefällt. Fuck. Oh, du hast es gewonnen. Jetzt habe ich gerade die Nachricht bekommen. GTA. Weil ich habe gerade gesehen, mein Homie ist online gekommen. Und er sieht gleich, GTA. Alter, du bist so ein Sack. Nein. Alter, du bist so ein Ferkel. Du solltest dich schämen, Alter. Du solltest dich schämen, Alter. Warum? Nein, du gewinnst 100%, weil ich... Oh, nein. Oh, oh, oh. Sprünge bist du nicht? Ich könnte mal sagen, Daniel ist gar nicht schlecht. Ja, aber auch nur... ...nur weil ich da eben voll gegen diese Forsten gefahren bin. Und deshalb bist du jetzt vorne. Nein, du bist halt ein Forsten, Junge. Wie sie beide synchron lachen können, Alter. Hat mir gefallen, Alter. Boah, oh. Alter, die Sprünge sind aber echt übel eklig. Ey, ich bin so weit hinten. Wartet mal auf mich, Mann. Ja, okay. Nein, das fand ich jetzt, Mann. Fahr, fahr, fahr. Ach so, okay. Jetzt muss Daniel aber warten, sonst ist unfair. Warte doch jetzt, Daniel. Ja, ach so, ich... Nein, nicht du, Guzor. Fahr weiter, Guzor. Hä? Ihr lagt bei mir Todes. Bei mir steht hier Guzor rum, aber ich sehe gar nicht den als Punkt auf der Map. Ey, ey, warte. Das ist richtig assi, wenn du jetzt reinfährst. Wir haben beide gewartet. Wir bleiben jetzt alle da stehen. Fahr ein bisschen zurück und fahren nochmal neu. Hör auf, fahr nicht rein. Dreh um. Fahr nicht rein. Fahr nicht rein. Opfer, Opfer. Junge, du warst so schnell, du hättest nicht mehr bremsen können. Das war wieder cool. Ich bin nicht mal extra mit Vollgas gefahren. Ja, ja, ja. Du wolltest aber auch so, ich gib zu. Nein, ich wollte, das bin nochmal ein faires Start. Ey, immerhin, ey, immerhin 1500, dafür, dass ich dich reingeschoben hab, alles cool. Hast schon gesehen, Guzor, ich bin Champion. Ach, war's? Zu gut. Herzlichen Glückwunsch, Alter, happy luck. Ja, Mann, Lichter hat's jetzt auch irgendwie geschafft. Lichter hat Lichter schon gehabt. Ja, oh, jetzt... Ich hab irgendwann... Hab ich was gespoilt, was? Hä, 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 hä. Äh... Äh... Äh, machst du bitte mal weiter? Äh, so schon mal gar nicht, mein Gott. Mach mal, Supersportwagen. Was, was... So schon mal gar nicht. Das kostet sich kosten. Aber ich, ich bin jetzt eigentlich ein... Mir fällt grad was auf, aber egal. Dafür, dass ich todesrusht Town Hall 8 war, bin ich jetzt echt voll gut am Start eigentlich. Ich bin eh, mein... Bei mir, ich war ja, äh, ja, Town Hall 7, äh, nee, Town Hall 9 auf nicht mal Town Hall 7 Max. Äh, ich war Town Hall 9. Ach, 68 hab ich das erste Video gemacht und da war ich schon so fail. Da hatte ich, glaub ich, Magiaturm auf 3. Ich weiß nicht mehr in welchem Video, aber in einer meiner letzten vier oder drei Videos blende ich meine Town Hall 8 und Town Hall 9 Base rein. Und wenn du mehr gerusht warst als das, dann kriegst du einen Keks. Ich schwammel. Ich glaub, ich krieg eine Keks-Packung, Junge. Ich schwöre, du warst nie im Leben mehr gerusht als ich. Ich war mit Rathos Level... Oh, du Huren so. Rathos Level 4 Niveau auf Rathos Level 9. Okay, okay, das ist krass. Ich glaub, wir waren mit Level 47 und jetzt hab ich einen Anschluss gefunden auf Magiaturm Hall 8, Level 95. Oh, da hast du aber dich ewig nicht ausgekäst, weil das ist schon schlecht. Level 95, Town Hall 8 Max ist schlecht. Hä? Hä, was? Dann, also mit Mauern dann. Dann okay. Aber ansonsten, Level 95, da kannst du schon im guten Town Hall 9 sein. Ich weiß, ich bin jetzt Town Hall 8, äh, Town Hall 9. Bin jetzt immer noch. Aber ich hab die Mauern immer noch nur auf 7. Das ist für 95 echt schlecht. Bin jetzt gerade dabei, ihn noch all auf 8 zu machen. Äh, gut, ich war Town Hall 9, ich weiß gar nicht mehr, also, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Aber ihr müsst, ich schaue mir gleich nochmal dieses Stück. Ey, guck mal, da sind dann so richtig dumme Scheißreifen, die man nicht umfahren kann, wo ich einfach volle Kalender ging, aber ich bin. Ach, komm, die Farbe mal um die paar Reifen. Nein. Easy Axe, gib, gib der Map die Schuld, gib immer der Map die Schuld, es sind immer die anderen. Ach, komm. Nein, die anderen Reifen. Ja, genau. Du bist hinter mir, ich seh dich. Oder so ein Esther, der mich umbillt. Du bist ein kleiner Punkt. Nein, 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 nein. Ja, genau, genau, so sieht's nämlich aus, der Esther Roy. Fuck, wie schnell in die Kurve rein. Danke. Bitte, bitte, hab ich gerne getan. Weil ich weiß, mit Fahren ist es nicht so bei dir. Fuck. Kommt einer, da kommt dieser. Schnell weg. Nein. Oh, ich würde sie sich gerne eure Kameras sehen, ey. was geben hier gerade echt das hat mir so ein ja genau 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 die ist eine abgegangen erzählst du nicht alles gehört hier nicht her das hat mir jetzt wirklich einfach die sie ja das hat mir jetzt eben wirklich dadurch dass ihr beide wirklich hart rein gefallen seid aber aufholen ist ja an das heißt eure wagen werden jetzt schneller als meine oder mein und du bist jetzt voll leise 20 oder so der boss war es er hat gewonnen er hat gewonnen krass übel echt also er ist der super sport driver so jetzt haben wir schon wieder 20 minuten wir müssen wieder aufhören also zumindest das rennen würde ich schon sagen wenn wir noch oder ach so ja wir sind dadurch oder ja ja klar das wäre fehl ich dachte schon nein hör auf immer wieder cool richtig money gemacht wir sind das war es wieder ihr sagt noch alle tschüss und dann war es das so bist du nicht gewonnen hat mir meinen daumen nach oben richtig da und nach oben ciao